Wie geil ist das denn? Annalena Baerbock hat einen Parodie-Account auf Twitter. Also nicht sie selbst, sondern irgendein Witzbold. Ich habe gefeiert, ungefähr so wie auf dieser Krawatte. Ein Parodie-Account für die Außenministerin und das Ministerium bestätigt, dass man sie verwechseln könnte. Mit anderen Worten, sie ist wirklich so. Hm, das ist natürlich heikel. Aber eine versierte Außenministerin wie Annalena Baerbock knows how the rabbit runs. Oder so. Und demnächst fragt sich irgendein Außenminister auf der Welt, heißt sie nun wirklich Parodie mit Vornamen oder doch Annalena?